Ihr Italiener, wir Türken, wir sind uns ziemlich ähnlich. Ja, wir greifen uns genauso oft an den Sack. Nur anders. Türken nehmen den Schaufelgriff. Schaufelgriff ist einfach simuliert, da ist viel. Auch wenn da nichts ist, da ist... Das ist Schaufelgriff. Italiener greifen sich genauso oft an den Sack, aber ihr zieht es immer dran. Ihr Deutschen, greift euch auch an den Sack. Ihr braucht gar nicht so zu lachen. Aber so ganz klischeehaft organisiert. Da kommt die deutsche Gründlichkeit immer so. Ja, da muss man hier.